Ja, das nächste Thema ist so ähnlich, wie du es schon kennst aus Microsoft Word. Also wir haben hier ein Feld für die Schriftart. Hier haben wir die Schriftgröße. Mit der Schaltfläche können wir die Schrift größer machen, kleiner. Wir können die Formate der Schrift löschen. Unten haben wir wieder Fett, Kursiv, Unterstrichen, Tiefgestellt, Hochgestellt. Dann hier unter dieser Schaltfläche, wenn man hier auf den Pfeil klickt, haben wir die Möglichkeiten Kapitelchen und Großbuchstaben einzustellen. Mit dieser Schaltfläche die Laufweite, die Schriftfarbe und ja, dann schauen wir uns das unten mal an. Also ich habe hier die Übung ja so aufgebaut. Rechts sieht man schon die Lösung. Das heißt, man geht her, markiert erst mal. Zuerst markieren, dann agieren. Hier steht Kursiv, also brauchen wir die Schaltfläche für Kursiv, wieder markieren. Diesmal heißt es hier Fett. Man kann hier übrigens auch mit der Vorinfo schauen, was die einzelne Schaltfläche macht. Also mit der Maus über der Schaltfläche bleiben und dann erscheint hier ein Fenster, was die Schaltfläche dann entsprechend macht. Es zeigt sogar noch an, mit einem Tastaturbefehl, Steuerung, Umschalt und F würde also jetzt auch die Schrift Fett machen. Ich mache es allerdings gerne mit der Schaltfläche. So, dann unterstrichen. Hier geht es darum, eine Schriftart auszuwählen. Hier gehen wir mal in das Kontextmenü. Das würde hier auch gehen. Na ja, jetzt bin ich weggegangen. Jetzt ist das Feld geschlossen. Jetzt muss ich hier oben rauf gehen. Und da brauchen wir Arial Black. Und da haben wir es auch schon. Nächste haben wir wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder ich klicke hier auf Schrift vergrößern. Allerdings zeigt es mir es hier gerade nicht an. Dann muss ich halt hier die 18 hineinschreiben. Dann habe ich hier die Schriftgröße 18. So, Großbuchstaben markieren. Da erinnern wir uns, das war in dieser Schaltfläche. Und hier haben wir die Großbuchstaben. Aufpassen bei dem scharfen S. Das muss man dann so formatieren. Hier ist es falsch. So, dann haben wir Kapitelchen. Schaut fast so ein bisschen aus wie Großbuchstaben. Es ist aber ein bisschen anders. Und zwar die Buchstaben, die normalerweise groß werden, sind noch ein bisschen größer. Und alle anderen sind auch Großbuchstaben. So, dann in roter Schrift formatiert. Also markieren. Diesmal gehen wir mal hier rein. Rot. Die nächste Schaltfläche. Da steht, lösche mein Format wieder. Ich markiere das mal. Schau mal, wo diese Schaltfläche mit Formatierung löschen ist. Das ist hier mit dem Radiergummi. Klicke ich da drauf. Und dieses Format, was hier eingestellt war, ist jetzt verschwunden. So, hier unten geht es um die Laufweite. Hier muss ich wieder markieren. Und die Laufweite, die kann ich hier entsprechend verändern. Hier soll ich auf sehr weit stellen. Dann zieht es die Buchstaben und die Leerräume etwas weiter auseinander. Und während ich hier unten dann das Ganze umgekehrt machen kann, also hier Laufweite sehr eng, und hier werden die Buchstaben alle sehr zusammengequetscht. Okay.